Moin Hansa-Fans. Ich habe Luis hier zum Interview. Ich habe eine Frage, wie ist das Torwarttraining so für dich? Sehr intensiv, aber macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Heute haben wir Reaktionen gehabt im zweiten Training und er war Neues dabei. Viel Neues, viel Neues? Viele Sachen kenne ich schon, aber ein paar Sachen hat Herr Karo, der Torwarttrainer, neu ausgepackt für mich. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie ist das Team so? Ja, super. Vom ersten Tag wurde ich super aufgenommen. Alle sehr, sehr herzlich. Ich glaube, auch weil es so eine junge Mannschaft ist mit ein paar älteren Köpfen. Aber dass alle relativ die gleichen Interessen haben, ein paar Spielen FIFA, ein paar Spielen Karten, ist, glaube ich, eine gute Truppe. Und wo bist du so untergebracht? Ich habe da irgendwas gehört von Hochbett? Ja, es war ein bisschen blöd, weil ich habe gehört, der Ältere kriegt eigentlich das Ehebett. Also ist es bei mir? Ja, so sollte es vielleicht auch sein. Aber ich habe gedacht, ja komm, schnicken wir mal, Erik. Und dann habe ich schnicken verloren. Muss ins Hochbett, aber schlafen kann ich trotzdem ganz gut. Super.